Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Heute geht es um das Thema Gold, denn ich wurde in der letzten Zeit häufiger gefragt von verschiedenen Seiten, wie ich denn zu Gold stehe, ob ich in Gold investiere, wenn ja, wie viel, ob ich aktuell investieren würde und vor allem auch, was denn Gold im Krisenfall überhaupt tatsächlich bringen würde. Ja, es gibt das Argument, wenn dann tatsächlich der Supergar ausgebrochen ist und dann habe ich da meinen Goldbarren und will damit ein Brot bezahlen, dann ist das ein bisschen blöd, weil der Wert einfach viel zu hoch ist. Also genau all diesen Fragen wollen wir uns in diesem Video oder will ich mich in diesem Video widmen. Ich bin grundsätzlich erstmal pro Gold eingestellt. Es ist eine Vermögenssicherungsmethode der Reichen, aber auch nicht aller Reichen. Auch die kommen ohne Gold teilweise aus, zum Beispiel Warren Buffett, der einfach komplett dagegen ist aus verschiedenen Gründen. Was ist Gold? Eigentlich ist es, wenn man es nüchtern betrachtet, erstmal nur ein Rohstoff, der sich durch seine Seltenheit besonders als Zahlungsmittel eignet. Lange Zeit war Gold zusammen mit Silber eine anerkannte Währung auf der ganzen Welt, da konnte man auch im Laden mit bezahlen. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist das eher eine, ja, Parallelwährung oder Ersatzwährung, in die man sich reinflüchtet, wenn Leitwährungen unter Druck geraten. Der US-Dollar ist die Hauptleitwährung der Welt und wenn der leidet, dann flüchten sich eben einige zur Sicherheit ins Gold und so unterliegt auch Gold eben Angebot und Nachfrage und dementsprechend variiert eben auch sein Preis. Und wenn die Welt sich sicher fühlt, dann fällt eben der Goldpreis und wenn sie sich unsicherer fühlt, dann steigt der Goldpreis normalerweise. Natürlich finden auch hier Übertreibungen statt, denn wenn die Angst vor dem Weltuntergang ins Rollen kommt, dann auch richtig und dementsprechend, ja, nimmt der Goldpreis dann eventuell auch eben Preise an, die auch wiederum sehr teuer und nicht gerechtfertigt sind. Denn, wie wir wissen, ist die Welt bisher noch nie wirklich untergegangen und wenn sie das tun sollte für uns Menschen, dann bringt uns Gold auch nicht mehr wirklich was. Eine Frage, die häufig aufkommt, ist, soll ich denn Gold entweder physisch, also im Safe zu Hause oder bei der Bank oder in Form von Wertpapieren an der Börse kaufen? Und da ist meine ganz klare Antwort immer die physische Variante. Hol dir wirklich das physische Gold, kauf es dir bei entsprechenden Anbietern und lager es dir zu Hause in den Safe oder eben bei der Bank. Wobei natürlich auch da gibt es wieder die Argumente, ja, und wenn dir die Banken in der Krise schließen sollten, dann kommst du da auch nicht mehr wirklich ran. Es geht hier darum, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, was ist wahrscheinlich besser, was ist wahrscheinlich sicherer. Und das ist die physische Variante, weil die ganz einfach zu 100% abgedeckt ist. Du weißt, was du hast. Bei der Wertpapier-Variante gibt es das Gerücht, ich bin jetzt kein Wirtschaftsbrücher und war nicht da und hab's wirklich gecheckt, aber wie so oft gibt es das Gerücht, dass es eben mehr Papiere gibt, mehr Papiere davon in Umlauf sind, als physisches Gold vorhanden ist. Und das willst du in der Krise nicht, denn dann kommst du wirklich nicht an dein Gold ran. Wofür die reine Papier-Variante sehr praktisch ist, ist, wenn du mit dem Goldpreis zocken möchtest. Also schnell einsteigen und schnell wieder aussteigen, um einfach mal kurze Kursschwankungen irgendwie auszunutzen. Denn wenn du es dir physisch besorgst, dann hast du eine Menge Transaktionsgebühren. Also du bezahlst erstmal den Händler beim Kauf und wieder beim Verkauf. Dann hast du vielleicht Liefergebühren, dann hast du Lagergebühren. Und das ist schon eine relativ im Vergleich jetzt kostspielige Angelegenheit. Deswegen, also wegen diesen hohen Transaktionsgebühren, lohnt sich physisches Gold hauptsächlich dazu, langfristig Vermögen zu schützen. Und damit meine ich wirklich langfristig, weil das Gold, das ich jetzt schon gekauft habe, das plane ich gar nicht zu verkaufen, sondern wahrscheinlich werde ich das entweder vererben oder in der Rente verprassen oder so, wenn es gut läuft. Netter Nebeneffekt übrigens, wenn man Gold mindestens ein Jahr lang gehalten hat, dann kann man es steuerfrei verkaufen. Jetzt zur Frage, was bringen mir meine Goldbarren denn eigentlich in der Krise? Denn es gibt ja dieses Argument, niemand will irgendwie mit einem Goldbarren sein Brot bezahlen. Und das stimmt, solche Barren eignen sich eher weniger in der Krise als Zahlungsmittel. Wenn man Gold als Zahlungsmittel in der Krise verwenden möchte, dann sollte man sich diese kleinen Goldblättchen, heißen die glaube ich, die man abbrechen kann, sollte man sich besorgen. Oder Silberblättchen, vielleicht gibt es die auch zum Abbrechen, die dann eben einen deutlich geringeren Wert haben, mit denen man dann auch gut im Supermarkt theoretisch, also es sind dann solche Werte, mit denen man im Supermarkt bezahlen könnte. Ich blende mal ein, wie das aussieht, aber es sind halt wirklich hauchdünne Plättchen, die man einfach so abbrechen kann, je nachdem, wie viel man gerade so braucht. Und das würde ich eben in der Krise dann empfehlen. Meine Idealvorstellung ist allerdings gar nicht, in der Krise damit zu bezahlen, sondern das Gold über die Krise hinweg zu halten und den Wert so lange zu konservieren, um den Wechsel zu einer neuen Währung oder zu einem neuen Währungssystem zu überstehen. Und der Vorteil ist, wenn man jetzt so eine Währung einfach, wenn eine alte kaputt gegangen ist und man geht in eine neue über, dann bestimmt die Politik bzw. die Regierung halt den Wechselkurs. Und normalerweise wird eine Währung dann eben auch abgewertet. Und der Vorteil von Gold ist eben, dass sein Preis nicht jetzt von solchen Entscheidungen abhängt, sondern dass es am Wert des Rohstoffes festgemacht wird. Also kurz gesagt, wenn die Welt tatsächlich untergeht, dann bringt uns Gold auch nicht wirklich viel. Aber im wirtschaftlichen Super-GAU erhöht es die Chancen, danach immer noch ein bisschen besser weggekommen zu sein. Und das ist zwar ein schöner Plan, ist aber echt tricky umzusetzen, denn offenbar ist es so, dass schon wenn die Krise beginnt, es einigen finanziell so dreckig geht, dass sie ihre Goldbestände auflösen, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist, weil sie eben das Cash schon brauchen. Weshalb man davon ausgeht, dass der Goldpreis zu Beginn des wirtschaftlichen Super-GAUs nochmal ordentlich fallen wird. Kommen wir zu meinen Goldinvestments. Das ist aktuell nicht wirklich viel. Ich habe Gold im Wert von ungefähr 300 Euro, jetzt ganz aktuell 306 Euro. Dazu Silber, etwa die gleiche Position mit 332 Euro. Das macht eine Rohstoffposition in meinem Portfolio von knapp 3%, wenn man beides zusammennimmt, Gold und Silber. Und ich würde aus dem Bauch raus jetzt erstmal nicht über die 10% gehen wollen, denn ich bin jetzt auch nicht der krasse Krisenfanatiker oder sehe jetzt den Weltuntergang voraus, sondern ich bin da doch eher immer positiv gestimmt. Und ja, ich denke so als allerhöchste Obergrenze, die so gehandelt wird, normalerweise, wenn man jetzt ein ausgewogenes Portfolio haben möchte, dann hat man so allerhöchsten 20% Gold im Portfolio, aber das ist dann schon wirklich sehr, sehr viel. Normalerweise ist das eher so ein bisschen, es beißt das das Portfolio so ein bisschen ab einfach. Sollte man denn aktuell in Gold investieren? Diese Frage kannst du abschließend natürlich nur für dich selbst beantworten. Ich kann dir nur erzählen, wie ich die Sache sehe. Und da ist es schon so, dass ich mir denke, naja, in letzter Zeit ist der Goldpreis schon ordentlich gefallen. Vielleicht wäre es mal wieder an der Zeit, hier ein paar Euro reinzugeben. Ich habe auch meine Community auf Instagram gefragt und abstimmen lassen. 54% sind für einen Kauf aktuell, 46% sagen nö, lieber nicht. Das waren 67 Stimmen für Ja und 56 Stimmen für Nein. Ansonsten hoffe ich, euch hat meine Sichtweise und meine Meinung zu Gold ein bisschen was gebracht und euch ein bisschen bei der Entscheidung geholfen, ob Gold vielleicht auch etwas für euch ist oder eher nicht. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie man Vermögen schützt, ich habe dazu auch ein ausführliches Video in meinem Patreon gemacht. Link in der Videobeschreibung, schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Am Freitag gibt es dann wieder eine Aktienanalyse. Ja, dann freue ich mich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.